Guten Abend, alle miteinander. Wir freuen uns sehr. Die dritte Sitzung zu halten mit Constantin. Bobas, Valen, Valera, Constantin ist Lehrer an der Universität von Lille. Ich bin aus Zürich für vergleichende Literatur. Wir hatten diese Idee gehabt. 2011 haben wir das schon einmal im Theater Odeon, diese Aufführung getätigt, 2019, Theater La Colline, erneut aufgeführt. Wir, das sind wir drei, hier mit diesen wunderbaren ÜbersetzerInnen, Übersetzern, die sind unserem Aufruf gefolgt und diesmal auch hier nach Berlin gekommen. Warum Republik der ÜbersetzerInnen? Dieser Titel weist schon darauf hin. Wie wichtig die Übersetzung für uns ist. Da geht es um den Kontakt zwischen Sprachen und Kulturen. Und das Ganze erhält auch eine politische Dimension. In der Zeit der Globalisierung Raum zwischen den Sprachen, die Hegemonie der Welt. Alle Sprachen sollen mit da aufgesogen werden, die Kulturen, alles soll übergehen in das Global English. Das ist ja die Sprache Europas geworden, unglücklicherweise, bedauerlicherweise. Wir werden heute Abend versuchen, über die beachtlichen Schwierigkeiten zu reden, in verschiedenen Sprachen sich einem analogen Phänomen zu nähern. Also zu schauen, wie das geht, sich diesem Phänomen zu nähern, das geht nur dank der Leistung der ÜbersetzerInnen. Nur so kann man sich dem Fremden nähern. Wir werden zusammen über die Probleme sprechen, die entstehen, wenn man sich die Texte von Valer Novarina anschaut. Und wir überlegen uns, was ist denn diese Sprache der Menschen? Zwölf ÜbersetzerInnen waren zugange. Also nur sechs wurden heute Abend eingeladen. Zwei Texte haben sie erhalten. Und Konstantin wird sie nun vorstellen. Und auch diese beiden Texte, die ausgewählt worden sind, vorstellen. Guten Abend, alle miteinander. Also wir haben hier diese einzigartige Übung. Sie werden das sehen. Sie werden hier etwas dazu hören. Was haben wir hier genau getan? Es wurde hier schon gesagt, Theater de la Colline haben wir das schon aufgeführt. Auch da gab es eine Aufführung von Valer Novarina. Das hat damals auch zu einer Veröffentlichung geführt. Sie haben sie hier sehen können, die Veröffentlichung, die lag aus am Eingang. Republik der ÜbersetzerInnen. Es gab auch einen kurzen Film. Den können Sie auf der Website sich anschauen, auch auf der Website des Toledo-Programms. Und wir haben Jean-Paul unter uns, Regisseur des Films. Und er kann Ihnen eine Idee vermitteln, nicht nur hier diese eine Perspektive der Republik der ÜbersetzerInnen, sondern auch eine andere Perspektive. Und man kann hier das sich anschauen, wer hat hier ein Werk veröffentlicht. Valer Novarina, der Mensch außer sich. Die Titel werden hier genannt, der Mensch außer sich. Gut, das ist der Titel auf Deutsch. Und hier kann man auch das Ganze in einem anderen Kontext kennenlernen. Josef Dayoub hat sich um das Arabische gekümmert. Und dann haben wir Joico Inu für das Japanische. Albert Arribas für das Katalanische. Und hier Albert, der kehrt uns den Rücken zu. Hier wird erklärt werden, worin genau die Aufgabe bestand. Jedes Mal, es gab immer dieses Konzept, das Grundprinzip, das Hauptprinzip. Das hieß, es ist hier philia, ein griechischer Begriff. Das heißt Liebe. Alles, was uns hier vereint, ist der Begriff der Liebe im Werk von Valer Novarina. Die Möglichkeit, das Theater zu übersetzen. Es gibt verschiedene Definitionen für ein und dieselbe Sache. Fürs Theater, wie es im Raum auftritt, Übersetzungen von Valer Novarina. Das ist Übersetzung, Leidenschaft für die Sprache. Und bevor wir beginnen, haben wir hier zwei Auszüge ausgewählt. Das wollen wir im Vorfeld erklären. Hier aus einem Arbeitsbuch. Leider wird sehr leise gesprochen, ohne Mikro. Und sofern das interessant ist, ein Werk von Novarina. Was geschieht, wenn man Novarina übersetzt? Gut, ich lasse Sie sich dazu selbst ausdrücken. Gut, warum wird Valer Novarina übersetzt? Das kann man nicht mit drei Worten beantworten. Und drei Worte sind auch nicht ausreichend, um sie zu übersetzen. Es ist eine Art und Weise, seine eigene Sprache wieder zu entdecken. Wie wenn man beispielsweise das Französische wieder entdeckt. Und im Französischen, also die Dinge erhalten eine Dinglichkeit. Eine Dinglichkeit der Worte. Die Worte erhalten ein Gewicht. Das Französische scheint nicht dieses Gewicht den Worten zu geben. Mit seiner Leichtigkeit, mit seiner Abstraktionsfähigkeit. Die Worte werden bei Novarina zu Dingen. Das ist natürlich sehr interessant. Auch bei der Übersetzung. So entdeckt man seine eigene Sprache wieder. Vor allem, wenn man es mit vielen Neologismen zu tun hat. Für die man dann ein Pendant in seiner eigenen Sprache finden muss. Das möchte ich hierzu ausführen. Also, guten Abend. Um es kurz zu sagen. Das Theater von Valère, da sind die Worte in Bewegung. Vorhin? Die Worte in Bewegung zu versetzen. Also, es ist ein Abenteuer für das Denken. Eine große Sprache hier, die aus weiter Ferne kommt. Das Multiple wird letztlich festgefahren mit der Zeit. Und wenn man Valère Novarina übersetzt, dann muss man die Sprache ein wenig wachrütteln. Man muss schauen, wie man da etwas tiefer graben kann. Denn wenn man dann in der Sprachtradition tiefer gräbt, dann entdeckt man auch Autoren, die mit dem Burlesken, mit der Parodie sehr gut ausgestattet sind. Das ist ein reichhaltiges Reservoir. Also, man muss dort wirklich sozusagen nachgraben. Und man muss auch sich wegbegeben von der Oberfläche hier in der arabischen Sprache. Da gibt es einerseits das klassische Arabisch und die Sprache, die man im Libanon hört, in Alep Beirut auf der Straße hört, das ist dann etwas anderes. Ich mag es gern, Autoren zu übersetzen, die in meiner eigenen Kultur, in meiner Ursprungskultur, kultur, ungarischen Kultur, eine Lücke schließen. Hier, Theater von Novarina, ist ein Theater der Worte. Es ist hier gleich fleischlich gewordenes Wort, spirituelles Wort. Und ich finde das so nicht im Ungarischen. Wenn ich Valerio Novarina übersetze, habe ich den Eindruck, dass ich mit dabei bin bei der Stunde der Entstehung der Dinge, mitten bei der ursprünglichen Schöpfung. Also ein Urzustand der Schöpfung. Und diese Arbeit mit der Sprache gefällt mir sehr gut. Auch diese Freude, die dabei entsteht, gefällt mir sehr gut. Guten Abend. Ich übersetze gerne die Texte von Valerio Novarina, denn so verlerne ich erst meine Muttersprache japanisch und erlerne sie wieder neu. Es gibt drei Schichten in der traditionellen japanischen Sprache. Da ist die traditionelle Sprache, die chinesische Sprache und dann die westliche Sprache. Also Begriffe, die wir erfunden haben, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das Japanische, was wir nun sprechen, ist das moderne Japanisch. Und wir vergessen die chinesische, japanische Kultur darüber, unsere eigene Kultur vergessen wir. Aber wenn ich Valerio übersetze, dann muss ich mir erneut diese Dinge wieder aneignen. Ich würde auch etwas Ähnliches sagen. Es ist wie eine Pause im dynamischen Sinne des Wortes. Kein Stillstand. Also es ist ein kurzer Stillstand. Einen ganz kurzen Moment entdecke ich alles wieder neu. Das erste Mal, als ich Valerio vor zwölf Jahren übersetzt habe, da habe ich sechs Stunden pro Tag damit zugebracht. Und es bleibt alles im Gedächtnis. Wenn man diese Begegnungen erlebt hat, wenn ich erneut kurze Auszüge von Valerio übersetzt habe, in den vergangenen Jahren war das ein Wieder-Andocken. Ich habe nicht alles liegen lassen. Ich hatte jetzt erneut die Möglichkeit, die Sprache wieder zu ersetzen, auch auf ethische Art und Weise. Nicht nur in Bezug auf Sprachspiele, sondern auch in Bezug auf dessen, was dabei auf dem Spiel stand. Das Leben, das, was wir mit dem Leben machen, das ist alles sehr mitreißend. Was mich betrifft, Entschuldigung, ich spreche nicht sehr schön. Sehr gut Französisch tanzen, das ist den Körper mit Wortengeist füllen. Dann bin ich selbst erfüllt, erfüllt von Worten. Es gab immer die Träume, es gab immer die Macht des Wortes in mir. Und für mich das Wort ist eine Choreografie, eine reale Choreografie für ein Volk. Wenn ein Volk die Choreografie nicht mehr tanzt, dann verschwinden die Worte. Und auf diese Art und Weise habe ich Valère entdeckt. So war meine Lesart. Ich habe dort diese Geräusche gehört. Ich mag gerne die Inspiration, die sich daraus ergibt. Ich denke, wenn ich, dass es für Valère darum geht, Worte dem Körper zu geben, aus dem Körper gehen dann wiederum Worte hervor. Es geht hier auch um das Tanzen und vielleicht können Sie mir dabei folgen. Also, vielen Dank. Auch hier wird viel zu weit vom Mikro entfernt gesprochen. Vielen Dank an alle. Es ist nichts Leichtes, die Übung hier mit der von uns gewählten Konfiguration, eine Lektüre, eines Textes vorzunehmen. Und es ist ein Text, da geht es auch um die möglichen Perspektiven. Mal schauen, was machen die ÜbersetzerInnen damit, was lassen sie daraus entstehen. Und der Titel hier heißt Chaos. Es gibt erst eine Lektüre von Rabelais. Das ist ein Text, da, die Meer beginnt, und sich über die Baza-Bille zu versen. Ich liebe die Tempäte-Tschirablet, die ganzen Zeiten, die forten Toibohu. Ich liebe mich retrempen. Ich liebe mich, die meine Länge zu erzählen, die ich nachzudenken, und wiederholfen, die ich immer noch nie habe. Das franzai, die in accentuert, resonant und grader, ist eine sehr invective, sehr germinative, sehr native, sehr secrät, und sehr arborescente, für pousser. Die franzai ist die beste beste langwelle im Welt, weil es den Grecke, den Patro an d'Église, den Latins arabesk, den Englisch larvé, den Largo de cour, den Saxon eboulé, den Batav d'Ock, den 12 Allemands und Italien raccourci. Celle qui résonne le mieux au monde, la plus sonore de toutes, avec 17 voyelles, 3 semi-voyelles, 19 cansonnes et 98 suffixes très souples, très rythmiques, très impures et très croisées. On entend se croiser ces racines qui viennent de partout, à peine visibles, très usées, très avalées, très fines, seulement présentes en silhouettes, un grand théâtre d'ombre et de transformisme, de variétés rythmées. Lire Rabelais, c'est une navigation très épuisante, très fatigante. Tout le corps doit rejouer, ça redéfait toutes les idées, c'est une dépense usante. C'est redécouvrir sous la langue française toute une profondeur respirée qu'on avait oubliée, qu'on voulait nous faire oublier. Tout un orchestre intérieur et des muscles chanteurs qui ne travaillaient plus, c'est dur. J'aime me jeter vraiment dedans, tout seul, sans traduction, sans guide, sans notes, faire le voyage oral avec lui. Trouver comme il respire, chercher à le respirer, le rejouer. Lire, c'est changer de corps, c'est faire un acte d'échange respiratoire, c'est respirer dans le corps d'un autre. Il n'y a pas de lecteur, d'écrivain, mais deux voyageurs, attachés à un monde, départis, l'un et l'autre, vêtus de langues, toute leur chair n'étant que de mots. Entre les deux, en lisant, en écrivant, il se produit de l'homme, il naît de l'homme en parlant. Il y a une naissance et une renaissance, un croisement d'amour et un ressurgissement perpétuel dans l'écriture. L'écriture est résurrectionnelle. Rabelais entraîne très loin, très en arrière, très en avant, de notre actuel français littéraire plat, linéaire B, très loin de cette petite langue française guindée de la radio, qui est comme une petite bourgeoise qui s'étrique, un pauvre petit idiome laïque, un espéranto de plus en plus étroit, une langue qui perd chaque jour au moins un son, une langue de dictée, une langue pour des sourds, pour des chanteurs cul-de-jatte, pour des danseurs seulement bicordes, français civiques, médiatiques, morse, inodore, plat. Une langue de sondé, de dicteur dicté, de porte-mots, pas d'animaux comme on devrait. Car ce qu'il faut qu'on entende quand on parle, c'est que ce sont encore des animaux qui parlent et que ça les étonne énormément. Il y a chez Rabelais, mais aussi chez La Fontaine ou Bossuet, ceci. Mais c'est quand même dans le quart livre de Rabelais qu'on entend le mieux que parler est vraiment catastrophique. Que nous ne sommes pas des sujets qui utilisent une langue-outil ou des esprits ayant en son quelque chose à dire, mais des animaux redressés pour renaître en parlant. C'est les paroles que nous prononçons, que la matière dont elles nous traversent, que tout dépend. Nous sommes dans les mots. Les mots sont à la fois la forêt où nous sommes perdus, notre errance et la manière que nous avons d'en sortir. Notre parole nous perd et nous guide. Rabelais mime la Bible et questionne la parole. Son livre est lumineusement incompréhensible. C'est un chaos très nécessaire aujourd'hui où il y a un mystère de la langue qu'on voudrait nous enlever. Nous sommes faits pour être un animal, des fils du son, nés d'une parole, appelés à parler, des danseurs nés, des appelants et non des bêtes communicatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Commençons par toi. Je ne comprends pas le hongrois, je ne peux pas juger, mais j'ai quand même posé quelques questions. Par exemple, le début du texte qui dit « Pense pète, découvrir le vide ». Comment est-ce que c'est facile de traduire le mot « vide » en gros ? Quels sont les problèmes ou les possibilités qui se posent ? Ce n'est pas difficile, mais il y a deux solutions, qui sont absolument, surtout la deuxième solution, me semble tout à fait intéressante. La deuxième solution, c'est très intéressant, c'est le côté notionnel de vie de l'État, qui est accentué, mais si je veux dire « ur », c'est beaucoup plus riche, et ça ouvre plusieurs dimensions du sens. Je peux dire « ur », c'est la deuxième空aye... Je peux dire « ur », c'est le qu'on , c'est le qu'on, c'est le qu'on, c'est le qu'on, y sur le qu'on. Ich kann den Raum bezeichnen, ich kann die Fähigkeiten bemessen. Wenn ich von einer Entdeckung spreche, im Ungarischen nehme ich dann Bezug auf den Raum zwischen den Planeten. Für Rashik behält man besser bei, das hat vielleicht mehr damit zu tun, wenn ich in diesem Fall Rashik sage, in anderen Fällen bei Valer Novarina haben wir auch mit Yur übersetzt. Es gibt ein schönes Wortspiel rund um Yur, das Leere, das alles beherrscht. Diese beiden Möglichkeiten bestehen, das ist bemerkenswert. Wir wissen, der Raum für Valer Novarina hat auf jeden Fall auch mit der Leere zu tun. Es gibt keinen Raum ohne Leere. Hier noch eine ergänzende Bemerkung, das betrifft auch die anderen Sprachen. Valer Novarina häufig, das Leere, es wird wie ein Anagramm des Wortes Gott behandelt. Also es geht über das Lateinische, können wir da dieselben Ergebnisse erzählen. In der ungarischen Sprache oder auch in den anderen Sprachen. Entschuldigung ist eine sehr komplexe, schwierige Frage, die wir herstellen, wie wir das in anderen Sprachen hinbekommen. Also Gott, die Lehre, man hat im ungarischen nicht dasselbe Wortspiel, aber in diesem Satz mit Yur, wie dieses gleich klingende Yur, Subjekt, das wiederum enthält einen Hinweis auf den Herrn. Ich kann hier diesen lateinischen Ursprung des französischen Worts übernehmen. In La Colline hatten wir einen ganzen Tag Zeit, hier haben wir nicht viel Zeit, wir müssen gleich weitermachen mit dem Japanischen. Yuriko, ich stelle dir dieselbe Frage. Die Lehre, diese drei Schichten, wie kann man das im Japanischen übersetzen? Das Wort Lehre ist für das Theater von Novarina sehr wichtig. Mit Kum habe ich das übersetzt. Zwei Wörter gibt es, die Lehre im japanischen bedeuten. Kuh, das heißt auch Himmel. Mo, das heißt auch das Lachen. Mo ist aus der westlichen Philosophie Kuh. Das ist die Lehre, wie man sie in der Religion beschreibt. Ich werde das noch näher erläutern. In der taoistischen Philosophie, das Lehre, Begriff der Lehre, das passt hier nicht zu dem Nichts des westlichen Nichts. Nichts ist gleich dieser Fülle, Lehre, Fülle. Das ist nicht ein direkter Gegensatz, sondern es ist etwas, was sich ergänzt. Also das Ying und Yang-Prinzip, das Schwarze und das Weiße. Das sind zwei unterschiedliche Elemente, die jedoch voneinander abhängen. Lehre ist ein dynamischer Raum mit einem Potenzial. Darin kann etwas entstehen. Also bei Valère kann man das so sehen. Die Lehre, dem steht die Fülle gegenüber, das Schwarze und das Weiße. Ohne die Lehre kann die Malerei nicht handeln. Vielen Dank, wir machen weiter mit dem Deutschen, Leopold. Du bietest uns sogleich einige Wörter zur Auswahl an. Kannst du das kommentieren? Das ist eine Beziehung zwischen Labeur, Labour, Arbeit. Also hier auch eine Homophonie, ein Gleichklang zwischen diesen beiden Begriffen. Ja, da muss man immer gucken, was man findet. Wenn man Glück hat, findet man hier so einen Gleichklang, Labeur, Labour in der eigenen Sprache. Da hat man natürlich erst einmal mitgewonnen. Also Labeur ist harte Arbeit. Dann gibt es Plackerei, Rakan, Plackerei, also das Bearbeiten der Erde, Akan, Bearbeiten der Erde. Ackerei gibt auch, Labeur, Labour. Das ergibt eine Lackerei, eine Ackerei. Ja, ein Dankeschön an die deutsche Sprache. Vielleicht kann ich dir auch eine Frage stellen, diese Texte. Darin gibt es Neologismen, wie auch hier bei Valéa Navirina. Also hier Schüttier, wie konntest du da eine Äquivalenz für finden? Im Deutschen, das betrifft auch die anderen Sprachen. Schüttier, wie kann man da in den verschiedenen Sprachen etwas finden, das sich dahinter befindet? Ich weiß gar nicht. Valéa, das ist nun mal ein Neologismus. Wie bist du damit umgegangen? Es ist ein substantiviertes Verb, das kann man auch im Deutschen gut machen. Schüttier, stürzen, tomber, der Sturz. Wenn man das im Französischen ergänzt, dann ist es jemand, der hinfällt, wird aber so nie verwendet. Jemand, der fällt. Da musste ich sofort daran denken, dass es ein Beruf sein könnte. Jemand, der fällt. Dann musste ich auch an den Geigenbauer denken. Lüthier, auch das ist ja ein Beruf. Ich habe also nach einem möglichen Beruf gesucht, ausgehend von der Wurzel des Wortes. Stürz, Stürzer ist der Fäller. Stürzner ist ein Wort, das es nicht gibt, könnte aber ein Beruf sein. Ein Kirschner existiert im Deutschen. Der bearbeitet das Leder. Schüttier ist der Stürzner geworden. Das Deutsch hat viele Postfixe, Präfixe, um daraus Worte zu bilden. Man kann Neologismen bilden. Es gibt immer eine Wurzel, wie im Französischen, und es gibt Präfixe, Postfixe, um das zu verändern. Also ab der Wurzel. Der Wurzel ist etwas, das man kennt, das erinnert an ein Wort, das man kennt. Dennoch ergibt sich daraus ein Wort, das man noch nie gehört hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Trouver, so wie Troubadour, Trouver. Auch das gibt es. Trouver. 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 Ach ja. Auch hier eine Substantivierung habe ich im Deutschen auch gemacht. Der findet, das habe ich damit noch mal gemacht, muss ich nachschlagen. Sicherlich, Finder habe ich daraus gemacht. Das kam mir recht merkwürdig vor, um daraus was zu machen. Es stimmt, Trouver ist kein Wort, das ich verwenden würde, aber Finder ist normal. Die russische Kollegin hat auch von den Spielkoeffizienten gesprochen. Es gibt Möglichkeiten, mit der Sprache zu spielen, zu bestimmten Zeitpunkten, zu anderen Zeitpunkten nicht. Wenn es an einer Stelle passt, dann passt es, und am anderen eben nicht. Die Freude mit den Übersetzungen von Leopold, das haben Sie ja gerade gesehen, man entdeckt seine eigene Sprache damit. Unsere deutsche Sprache kenne ich auch, als ich die Übersetzungen von Leopold gelesen habe. Das öffnet die deutsche Sprache. Wir könnten hier noch ewig weitermachen. Kommen Sie morgen alle in das Haus der Dichtung, da können Sie anderthalb Stunden lang zuhören. Gut, wir machen weiter mit dem Arabischen. Du hast mir gestern gesagt, du hättest weniger Probleme damit gehabt, den zweiten Text zu übersetzen. Eher ein Text, das ist ein Gedicht, der erscheint mir ganz klar und offenkundig. Vielleicht kannst du mir das erklären. Also merkwürdigerweise haben sich daraus Probleme ergeben bei der Übersetzung ins Arabische. Ja, es gab Schwierigkeiten, es gibt Schritte, die sind schwindelerregend, wenn man die Aufgabe ernst nimmt. Also wenn man darüber nachdenkt, es ergeben sich Probleme, beispielsweise das erste hier. Beispielsweise Novarina, man sieht sich den Text an, er spricht von der Lehre in dem, was vorangeht, wie so wie eine positive Lehre. Er sagt, das Lehre macht Dinge möglich, es ist etwas sehr Positives. Man muss also im Arabischen ein Wort finden, das auch dieses Positive ausdrückt. Ifara ist ein bisschen neutral, das kann dann gar negativ wirken. Und natürlich, der liebe Gott weiß, diese anderen Ausdrücke in Arabien gibt es noch ein Wort, was die Wüste bezeichnet, Wüste als ein Ort. Und ich letztlich habe nach einem Wort gesucht, das bedeutet, es gibt eine Lehre, es wird etwas, was ein bisschen Spielraum übrig lässt, damit halt auch dort alle Systeme möglicherweise mit hinein können. Das ist ein Choukour, Choukour im modernen Arabisch, ich mag den Klang. Und im modernen Arabisch beispielsweise sagt man, es ist ein Ort, also man wählt neu aus, das spricht von einer Bewegung, das habe ich mir dabei genannt. Und das habe ich in dem Moment dazu gedacht, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt hätte ich etwas anderes dazu gedacht. Also dieses Choukour habe ich ausgewählt. Und dazu ist es eine Überraschung für den arabisch sprechenden Leser oder Zuhörer. Denn wenn man sagt, es ist ein ganz normales Wort, der wird das einfach übersehen und das wird ihn eher stutzig machen und dann ist er überrascht. Natürlich gehe ich ein bisschen zu schnell, aber unter den Sachen, die mir wirklich stolz machen, also Arbeit und Pflügen, die semantischen Sprachen ermöglichen Schemas. Ich habe mich eher mit den Wurzeln beschäftigt. Man weiß, dass man ein Schem, so ein Modell plus eine Wurzel. Und in diesem Fall gibt es das gleiche Modell, Fall. Ich war ganz froh, das gefunden zu haben. Bravo, Georgine. Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Schüte, Fallen, das hat mich natürlich dazu gebracht, sehr viel über Suffixe nachzudenken. Und dieses Je auf Französisch, was hat er für einen Wert? Es gibt mehrere Werte, wie bei den Berufen, Metier, Lütter, aber auch je nach Standort, Bankier oder Inhalt und das, was beinhaltet. Aber das Problem des Falles auf Arabisch ist sehr negativ. Hinlegen ist sehr schön, aber Wadahar, das ist zu aktiv. Es wird gefallen praktisch über mehrere Mittel, wartet man, bis es herunterkommt. Aber er schafft das nicht. Leider muss ich dich unterbrechen, Georgine. Ich sage das Wort, das Wort, also, was ich gewählt habe, wenn jemand hier Arabisch spricht. Als der Koran zum ersten Mal vorgetragen wurde, man sagt, er ist heruntergekommen und dann findet man wieder Wörter, die mit dem Heiligtum zu tun haben. Sehr schön, Georgine, vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Katalanischen. Ist es ein schwieriger Text für dich gewesen und wie waren die Schwierigkeiten? Wie hast du diese Schwierigkeiten und Hürden überwunden? Also, Katalan ist sehr nah am Französischen und Italienischen, aber manchmal ist es sogar das die Schwierigkeit, weil man sieht eine Lösung, aber die kann man ja nicht leider benutzen, weil es nicht hundertprozentig dem Wort entspricht. Zum Thema Labor ist eine anstrengende Arbeit, wenn man Arbeit in Pluralform sagt, also Travaux. Da sind Schwierigkeiten, das ist auch mit Leiden verbunden und man hat, da hatte ich alle Substantiven in der Pluralform, sowohl Labor, also für Arbeit. Und für Labor, Arbeit ist Arbeit und Labor ist Gratai. Das ist das, was gekratzt worden ist und auf dem Boden gelandet ist. Aber auch der Versuch, irgendetwas durchzubohren und das war sinnvoll mit dem Sinn der Übersetzung, man kratzt am Sinn, man sucht nach dem Sinn. Und diese Idee von Leopold mit dem Luthier, mit dem Metier und für den Fall habe ich Précipitade genommen. Ich habe den Suffix für die Berufe genommen und Précipitade heißt herunterfallen lassen und zwar ganz tief. Und da habe ich diese Art Alchemie gefunden. Es gab einen Sturz, die Idee des Fallens, des Falls, aber mit dieser Beschleunigung, mit diesem Eindruck der Beschleunigung. Und jetzt kommen wir zu unserem Tänzer aus Barcelona. Alle erwarten das. Ja, danach werde ich auch dieses Stück tanzen, aber ich werde versuchen, nach allen Paragraphen zu tanzen. Nicht nur, mich nicht nur auf ein Wort einschränken, weil ich mag den Text im Allgemeinen. Aber zum Beispiel, wenn ich jemanden umarme, geschieht einiges für den Menschen, der umarmt oder umarmt wird. Da gibt es keine Worte dafür, für das, was man empfindet. Es gibt vieles im Leben, was nicht mit Worten zu fassen ist. Und mich interessiert auch diese Welt der Worte. Aber wenn jemand dich umarmt, es kann das Schönste der Welt sein, aber auch eine Art Vergewaltigung. Und deswegen sind es ganz andere, kann man sehr viel darüber sprechen. Wir sind das Ergebnis aller Bewegungen, die wir im Leben gemacht haben. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man so lange gesessen hat. Ich hatte ein Werk getanzt mit dem Text von Vallée, Der Mann aus leerem Fleisch. Jetzt wird getanzt. Herr Präsident, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann ganz am Ende muss man natürlich sich mit der Frage beschäftigen, diese zwei Versen, entre nêtre et n'être pas, zwischen geboren und nicht sein. Danke für diese zwei wunderbaren Verben, aber die muss man erst mal übersetzen können. Lass uns doch mit der ungarischen Version reden, was die rhythmischen Fragen betrifft. Die bestimmt viele Probleme hervorrufen und dann natürlich die Frage der zwei letzten Versen, die bestimmt was unmöglich ist. Im Vergleich zum ersten Text, der einfacher war zu übersetzen, dieser Sturz, dieser Absturz in die Leere mit dem Raum und Zwischenraum, das musste sehr kompakt sein. Hier haben diese zwei Versen am Ende Probleme hervorrufen, weil man musste sich entscheiden zwischen dem Sinn oder der Homophonie. Und ich habe mich für die Homophonie entschieden. Es wird auf ungarisch vorgelesen. Es wird auf ungarisch vorgelesen. Und in dem zweiten Vers habe ich wieder ein Wort genommen, was schaffen, das ist ein Neologismus, ohne Erzeugung, ohne Nation oder Generation. Und dann habe ich mich mit der ungarischen Ötymologie beschäftigt, weil wenn man die Sprache spricht, macht man sich darüber keine Gedanken. Aber jetzt habe ich recherchiert und ich habe die Herkunft des französischen Wörters gesucht. Genus generis bedeutet auf ungarisch oder Stamm, Völkergruppe oder generare heißt erzeugen. Und das ist das Wortspiel, was ich hier benutzt habe. Und ich habe vergessen, ich habe aufgegeben, to be or not to be. Ich habe nur die Struktur beibehalten, aber nicht den Sinn. Vielen Dank. Jetzt lass uns mal die gleiche Frage an die japanische Übersetzerin stellen, aber vielleicht füge ich noch eine Frage hinzu, die bestimmt interessant ist. Im Rahmen des französischen Theaters haben wir das Wort Korde, Seil. Das ist natürlich... Aber glaube, ich weiß nicht, dass es im japanischen Theater das Gleiche gilt, ob man auch das Wort Seil, Korde, nicht im japanischen Theater sagen darf, weil es Unglück bringt. Aber wie kann man eine Transgression vermitteln und übersetzen? Wir wissen, dass in dem Theater von Valère viele Codes eben nicht respektiert werden. Also das Seil, das ist das Seil. Wir haben ein Wort für Seil. Aber es gibt keine negative Konnotation im japanischen Theater. Man kann also das Wort Korde ohne Probleme äußern. Aber man kann sich natürlich das Leben nehmen, erhängen mit einem Seil. Man kann sich eben nicht mit einem Stück Schnur erhängen, aber mit einem Seil wohl. Aber das Wort Nava hat keinen negativen Sinn im japanischen. Normalerweise ist es tatsächlich problematisch. Ein kleines Detail. Das ist alles ein Porträt meines Mathelehrers, der sechsten Klasse. Herr Mamey, er hatte ein graues Hemd, er spielte Akkordeon. Einmal hat er entdeckt, dass ich ein bisschen geschielt habe während einer Hausabgabe. Und er hatte gesagt, Nava Rina, jeder muss für sich selbst den Test schreiben. Und er hatte eine Schnur und er hat damit immer Kreise gemalt. Im Theater darf man ja nicht das Wort Seil nicht. In dem Wort Akkordeon gibt es natürlich auch das Wort Korde. Und was ist mit den zwei Versen am Ende? Das hat mir natürlich auch Schwierigkeit gemacht. Ich musste mich entscheiden. Und es ist mit den zwei Versen am Ende von Heidegger. Von Heidegger gibt es sein und Zeit. Sonsai. Sonsaiする to, Sonsai shinai. Hi Sonsaiする to, Tanjiho shinai. Man hat vielleicht das Wortspiel, aber nicht mehr die Homophonie. Es gibt also kein Rätsel mehr. Das ist weniger interessant als der Text von Valère. Deswegen habe ich eine andere Lösung gesucht. Und da komme ich auf Shakespeare zurück. Sein oder nicht sein. Sein oder nicht sein. Das ist die Frage. Auf Französisch. Leben oder sterben. Das ist die Frage. Ich habe mich inspiriert von der Übersetzung von Shakespeare. Das ist die zweite Alternative. Auf japanisch. Zwischen geboren und sterben oder zwischen sterben und nicht geboren werden. Das wirft natürlich Fragen auf über das, was man ist nach dem Tod oder vor der Geburt. Bei den Buddhisten ist es schwierig, diese Grenze zu finden, denn der Zyklus der Wiedergeburt existiert. Wir haben, man wird wiedergeboren. Man wird geboren. Man lebt. Man stirbt. Nach dem Tod. Danach ist nichts. Man befindet sich zwischen Tod und Geburt. Da gibt es ein Stand, eine Situation, eine Art Zwischenperson. Und jetzt kommen wir auf die deutsche Sprache. Uns fehlt natürlich immer mehr Zeit. Wir haben die gleiche Frage, die gleichen Schwierigkeiten, Sprachregister, zwischen geboren werden und nicht geboren werden. Also es gibt, gibt es Slang-Sprachen oder Umgangssprache auch in Deutsch. Natürlich, es gibt Wörter, die weniger literarisch sind und die eher umgangssprachlich sind, die man alltäglich benutzt. Pratzen würde man aber nicht benutzen im literarischen Bereich. Das interessante Problem war natürlich, die Reiben zu finden. Die deutsche Version ist immer länger als die französische. Ich habe das Lied zugehört und ich habe auf den Rhythmus übersetzt. Das ist eine Verpflichtung, kurz zu bleiben. Diese Apokoptis gibt es nicht. Diese Ratte zum Beispiel. In meinem Besitz, anstatt in meinem Besitz zu schreiben, habe ich gesagt, in meinem Besitz habe ich abgekürzt. Denn es erzeugt einen Rhythmus, der es ermöglicht, das zu singen. Natürlich ist das große Problem, die Reiben zu finden. Es ist natürlich ein Spiel. Manchmal gelingt es sein, manchmal nicht. Da hat es gut geklappt, geboren werden oder nicht geboren werden. Mich hat die Negation interessiert. Sein heißt sein. Und Unsein wäre die negative Form von Sein. Das entspricht ein bisschen dieses Fair und Defer machen, tun oder auseinandernehmen. Da gibt es eine Abweichung zwischen Sein und nicht geboren werden. Und zwischen nicht Sein und Geboren. Und Unsinn wäre natürlich sehr nah in der Aussprache. Hamlet wäre Sein und Nichtsein, aber da ist dieses Geboren, der Sinn der Erzeugung des Geborenwerdens, ist nicht dabei. Man muss sich nun mal entscheiden. Und geboren bedeutet also nicht geboren worden. Und das schien mir interessant, das zu sein. Und wer unbedingt Shakespeare dabei herausfinden will, das soll er frei sein, das zu machen. Aber auch in dem Text von Valère ist Shakespeare nicht eindeutig dabei. Ne pas être wäre die französische Übersetzung von Shakespeare. Die Frage, die sich stellt, ist eher, man ist geboren, aber man ist trotzdem nicht im Sinn von Sein. Das entspricht nicht der Dichotomie, die Shakespeare gemeint hatte. Ja, aber es ist natürlich eine Art Echo, ein fernter Echo an Shakespeare. Was die Melodie betrifft, der Text ist noch nicht zu Ende. Für die Melodie ist es einfacher, weil wir haben diese Schäme. Man kann ziemlich schnell gemeinsame Rhythmen finden. Wir hatten im Literarischen, Arabischen, das ist zwischen der Prosa und der Verben. Ich bin nicht sicher, dass es wunderbar ist, aber als Beispiel. Es wird auf Arabisch gelesen. Es wird auf Arabisch vorgelesen, mit A Öffnung und I am Ende. Für das zweite Problem und was interessant ist, ist das Spiel mit den drei Konsonanten J, R, H. Und danach geht es nur noch um ein Zimmer. In Rhajad heißt ein bisschen so etwas wie Lockdown. Das betrifft alles im Prinzip, das Lockdown. Die zwei letzten Versen waren natürlich schwierig. Laissa bedeutet nicht sein. Das ist ein Verb, ein sehr, sehr altes Verb. Aber das kommt von einem positiven Wort, was Aissa heißt. Und das hieß sein, aber das wird nicht mehr benutzt im Arabischen. Es gibt Beina al-sa-walay-sa, zwischen sein und nicht sein. Also um nicht zu lange zu sein. Man kann geboren sein und trotzdem nicht sein. Ich glaube, das ist sehr wichtig im Leben. Im Leben existiert man nicht, auch wenn man geboren wird. Man befindet sich zwischen dem Sein und nicht sein oder dem Leben und nicht leben. Und das wollte ich behalten. Also, das ist überhaupt nicht so schön wie die Originalversion. Wir kommen jetzt zum Katalanischen. Ich habe versucht, alle Reime beizubehalten. Ich habe versucht, eine Reimstruktur beizubehalten, die musikalisch klingt. Und im Katalanischen ist das Schönsein, C, S-E-R, Ser, und Phonetisch ist es auch Wissen. Es ist dasselbe. Ich habe damit gespielt. Es gibt nur einen subtilen Unterschied, also einer hängt von der Auslegung gehabt. Man kann sagen, ich bin nicht, no sé pas, und ich weiß nicht. Es ist sehr dicht beieinander. Denselben Satz, no sé pas, no sé pas. Eine kleine Nuance nur. Also, ich weiß, ich bin, nicht sein, nicht wissen. Da kann man mitspielen. Das ist möglich. Sehr gut, vielen Dank. Vielleicht beginnen wir jetzt mit etwas anderem. Seit circa einer Stunde sprechen wir über all diese Sprachen, über all diese Übersetzungen. Es wäre auch gut, diese Sprachen zu hören. Dann, da, bei diesem Gedicht, bei diesem Lied, könnte man vielleicht, wenn man mit dem beginnen, also Albert wird jetzt vielleicht auf Katalanisch lesen, wenn Valère das Lied auf Französisch bereit ist zu lesen. Danach, wie vorhin, könnten wir das dann auch machen mit dem Ungarischen, mit dem Deutschen, mit dem Japanischen, mit dem Arabischen, mit dem Katalanischen. Also, dass das strophenweise gelesen wird. Und Tess wird das Ganze tanzen, wird die Übersetzung tanzen. Also Valère. ших Je me serre moi-même la pogne, c'est sans espoir, y'a pas que les saisons qui me rognent tout mon avoir. Vois-tu, seas là-bas qui trotte, tout en rond en sont réduits. Ouvre donc lui la cage qui passe par le garage du Cajibi. Eine Corde suffit-elle Comme solution Ou bien Un morceau de ficelle Et un crayon Je vais tracer au compas La limite Qui est invisible Entre n'être et n'être pas Entre n'être Et n'être pas Ágró szakaddal Önmagam kezét fogom Ez reménytelen Nem az idő csupán Mirágja mindenem Nézd a patkány tiszko le Hazod ujja mélyibe Megnyitod az ajtaját Vagy te menekülsz a kamrátból A garázson át A kötél elég? Megódja? Vagy egy vékony cérna százs Egy szeruza Körzővel rajzolok Láthatatlan határt Nemzés és nemlét Nemlét és nemzetlenség között Japonné? Dézoré, je sais paschante Bokkwa zibuntakus Kibó nankaじゃない Kibó dakeじゃない Bokkwa kizeri tolno A zensai zhangu kizeri tolno Míte, áno, nezmi Ati ni,ちょろちょろ Hei-ya no katasumi Gül-gül-gül-to Sore, ori-o-a-ke-te-yare Jadak-kia-sha-ko-o-to-r-zó Nándo-kará Náwa-i-pon-de-tarilu-no-ka-kai-ket-sak-ni Die unsichtbare Grenze ziehen Kibóbi-ttoly Point-t-t-t-t-t-t-t-he-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t!? هل ترى هذا الجلز يخب خبا هناك؟ راسما دوائر في جحره، يفتح له القفص أو بر من خلال كراج الحجرة الضيقة أحبل يكفي تحلب، أم خيط قصير وقلم رصاص؟ Das ist ein Catalans mit Ossites. Ich habe alles zu tun. Ich habe alle anderen. Ich habe einen Versuch, einen Versuch, und dann habe ich einen Versuch. Ich versuche, ich bin ein Versuch. Ich versuche, der mich nicht mehr, Resta re, no sols el temps que em menys em escreix el meu haver. Veus la rata d'allà avall, quin ball porta pel seu cau? Doncs deix-li algun passatge o baixa pel garatge d'aquest catau. Una corda és tan senzill com a solució, o potser un tros de cordill i un rotolador. Ara traçarem compàs aquell límit invisible entre ser i no ser pas. Entre ser i no ser pas. Aquest drama es mantindrà ara, mentre es duri el sirinc ara. Gràcies. 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 Resta re, no sols el temps que em menys em escreix el meu haver. Veus la rata d'allà avall, quin ball porta pel seu cau? Doncs deix-li algun passatge o baixa pel garatge d'aquest catau. Gràcies. 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 Leopold hat immer das letzte Wort. Das war perfekt. Um Zeit gerecht zu Ende, fünf Minuten haben wir. Es ist jetzt 22.25 Uhr. Jetzt gibt es eine Sitzung mit dem Audio. Leopold wird auf Deutsch singen. Vielleicht können wir das hier abspielen, die Musik dazu, passend. Boudina singt. Es ist so, dass die Saison nicht mehr so ist. Die Leute sehen, wo du siehst du? Da, wo du siehst du? Die Leute sehen, wo du siehst du? Par le garage du Cajiby Une corde suffit-elle Comme solution Ou bien un morceau de ficelle Et un crayon Je vais tracer ou au pas La limite qui est invisible Entre n'être et n'être pas Entre n'être et n'être pas Ich drück' mir selbst die Pratzen Ein schlechter Witz Nicht nur die Jahreszeiten kratzen An mein Besitz Siehst du unten diese Ratte Tragt in ihrer Kasematte Schließ ihr doch den Käfig auf Oder komm herein Durchs Loch von dem Kabuff Ob ein Seil wohl reicht Als letzter Kniff Oder ein Stück Schnur vielleicht Und ein Stift Ich werde mit dem Zirkel Die unsichtbare Grenze ziehen Zwischen Sein und Ungeboren Zwischen Unsein und Geboren Und ein Stift Un grand merci Ja, also, vive die Sprache!